Pflanzen verleihen unserem Zuhause ein wohnliches Ambiente und tragen zur Verbesserung des Raumklimas bei. Sie sind stets eine stilvolle Ergänzung für jede Einrichtung. Allerdings ist Vorsicht geboten, da einige der beliebtesten Zimmerpflanzen giftige Eigenschaften aufweisen. Diese können besonders für Kinder und Haustiere gefährlich sein. Hier sind einige Pflanzen, die außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufgestellt werden sollten. Diese Pflanze ist in all ihren Teilen giftig, besonders jedoch in der Knolle. Sie enthält Saponine, die potenziell tödlich sein können. Hautirritationen können bei Kontakt auftreten. Und bei Verschlucken können Magenschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Schwindel und Atemlähmung folgen. Die Anturie, auch Flamingoblume, stammt aus dem tropischen Regenwald und blüht strahlend rot. Die Blätter enthalten giftige Calciumoxalate, die bei Kontakthautrötungen und bei Verzehrübelkeit auslösen können. Amaryllis. In allen Pflanzenteilen der Amaryllis stecken tödlich giftige Alkaloide, in konzentrierter Form sind sie in der Zwiebel zu finden. Gummibaumarten. Alle Pflanzenteile des Zimmerbäumchens und vor allem der Pflanzensaft sind gering giftig. Sie können die Haut reizen und Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen. Oleander. Eine blühende mediterrane Pflanze, die bei Verzehr Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Herzrhythmusstörungen und sogar tödliche Herz- und Atemlähmungen hervorrufen kann. Weihnachtsstern. Der Milchsaft soll stark reizende Stoffe enthalten, allerdings nur in der Wildform der Pflanze. In handelsüblichen Zuchtformen sollen diese hautreizenden Stoffe nicht nachweisbar sein. Zimmerazalee. Die Zimmerazalee, auch Alpenrose genannt, ist sowohl für Mensch als auch für gewisse Haustiere giftig. Dazu gehören unter anderem Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Hasen. Die Buntnessel ist gering giftig. Bei empfindlichen Menschen kann der Verzehr zu Übelkeit und Erbrechen führen. Der Hautkontakt zu Juckreiz. Diefenbachi. Besonders gefährlich für Haustiere kann tödlich sein. Symptome umfassen starke Reizungen von Maul, Magen, Darm und Hals, Schluckbeschwerden, Atemnot und eventuell blutigen Durchfall. Gemeiner Efeu. Diese Pflanze ist für Mensch und Tier giftig. Mögliche Symptome reichen von Kopfschmerzen und brennendem Rachen über Durchfall und Erbrechen bis hin zu Krampfanfällen. In Extremfällen kann er Schockzustände und Atemstillstand auslösen, was jedoch äußerst selten vorkommt. Fensterblatt. Bis auf die Früchte in allen Teilen giftig, kann in extremen Fällen Schockzustände und Atemstillstand verursachen. Palmlilie. Enthält Saponine, die für Tiere giftig sind, aber für Menschen ungefährlich. Philodendron. Alle Arten sind sowohl für Menschen als auch für Tiere giftig. Erwachsene und Jugendliche verstehen meist, dass manche Pflanzen nicht berührt oder in den Mund genommen werden sollten. Diese Einsicht fehlt jedoch oft Kleinkindern, insbesondere Babys. Kinder unter zwei Jahren entdecken ihre Welt durch Sehen, Fühlen und Schmecken. Sie neigen dazu, alles, was sie interessiert, anzufassen und in den Mund zu nehmen. Schon kleine Mengen Pflanzengift können für ihre zarten Körper gefährlicher sein als für Erwachsene. Hunde untersuchen ihre Umgebung häufig mit der Nase und der Schnauze. Sie sind nicht in der Lage, giftige von ungiftigen Pflanzen zu unterscheiden. Es kommt oft vor, dass sie Blätter anknabbern, die Giftstoffe enthalten könnten, wie zum Beispiel beim Gummibaum. Wenn eine Pflanze umfällt, könnte es zu einem Kontakt oder sogar zum Verzehr der Knollen und Zwiebeln kommen. Besonders gefährlich sind hier Pflanzen wie Amaryllis und Prachtlilie. Auch der Milchsaft mancher Pflanzen kann giftig sein, beispielsweise bei Weihnachtsstern und Christusdorn, wenn Hunde an offenen Stielen, Blättern oder Blüten lecken. Bei Katzen ist es ähnlich. Sie können ebenfalls mit giftigen Pflanzenteilen in Kontakt kommen, sei es durch Blätter, Blüten, Knollen oder Milchsaft. Für neugierige Katzen ist eine Fensterbank voller Blumen, Ranken oder zarten Blättern ein wahrer Spielplatz. Bei Orchideen stellen insbesondere die Vanilleorchidee, die Schwielenorchidee und die Schmetterlingsorchidee ein Risiko dar. Die dreikantige Wolfsmilch, eine kakteenähnliche säulenförmige Zimmerpflanze, kann von Katzen fälschlicherweise als Kratzbaum verwendet werden. Vorsicht! Der austretende Milchsaft ist giftig. Katzen trinken gern aus Blumenvasen. Hier geht die Gefahr nicht von den Schnittblumen selbst, sondern vom Wasser in der Vase aus. Tulpen, Narzissen, Hyazinthen oder Maiglöckchen geben ihre Giftstoffe an das Blumenwasser ab. Wenn der Verdacht auf eine Vergiftung besteht, verlieren sie keine Zeit. Bringen sie Katze oder Hund direkt zum Tierarzt. Nehmen sie einen Pflanzenteil des möglichen Verursachers mit. Versuchen sie nicht selbst, das Tier zum Erbrechen zu bewegen. Dem Tierarzt stehen dafür spezielle Medikamente zur Verfügung. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wieso du einen Tennisball im Winter in deinen Garten legen solltest, dann schau dir noch dieses Video an.